Hallihallöchen, ja die meisten haben ja jetzt erwartet, dass heute der Besuchsmontag stattfinden wird, aber heute wird das stattdessen eine Challenge stattfinden und alle die besucht werden wollten, werden auch besucht, aber erst am Montag. Ich hoffe es stört euch nicht allzu sehr und ja, aber ich kann euch versprechen, dass die Challenge relativ geil wird, also habt viel Spaß. Moin meine Freunde, was geht? Ich bin's wieder hier und heute zusammen mit einem Gast. Yo, hier ist der Thomas vom Playgadon. Genau und ja, wir machen heute eine kleine Mauerbrecher-Challenge gegeneinander und zwar haben wir beide Mauerbrecher ausgebildet und jetzt werden wir eine Challenge machen. Wer die meisten Mauer innerhalb von 10 Minuten zerstört. Apropos, hast du eigentlich schon einen Timer dafür? Also ich hab mein Handy schon hier bereit. Ja, okay. Das trifft sich doch gut. So, okay. Wir können ja noch sagen, wie viele Mauer wir schon vorab zerstört hatten, damit man nicht betrügen kann. Ja, also ich habe 16.797. Und ich habe, wenn das Internet laden würde, 9.049 mit Videobeweis. Ja genau, ich auch. Ja, also noch eine kleine Bedingung beim Suchen. Also man darf nur Rathaus, also das unterste Rathaus ist ein Rathaus 7, also man darf keine Rathaus 6 angreifen. Und fünfmal darf man nur überspringen. Genau. Joa, dann können wir jetzt eigentlich schon anfangen, ne? Joa, und dann würde ich sagen, dann so, so, ähm, achso, ich stelle mir kurz noch den, so 10 Minuten. Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Start. Okay. Und es geht los. Mal gucken, ob ich die Challenge gewinne. Alter, hier ist so fetter Loot, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Naja, fetter Loot eher nicht, aber... Uh, ich glaube, ich habe einen guten. Uh, der ist geil. Ich glaube, ich habe auch einen guten. Oh, der ist, der ist, also, schön schlecht, sage ich mal. So, komm, ich habe noch nie mit sowas angegriffen, aber naja. Auch wir dürfen keine Zauber benutzen, aber Clamook dürfen wir benutzen, wenn Mauerbrecher drin sind. Ja. Ich glaube, bei mir sind nur Mauerbrecher drin, ja, sind nur Mauerbrecher drin. Ah, die habe ich fail gesetzt, egal. Egal, egal. So, kommt schon Mauerbrecher. Ey, wie das aussieht, wenn nur alle Mauern so im Dorf zerstört sind. Ja, Mann, das sieht richtig witzig aus. Ey, der will sich auch nur denken, der das Dorf hat. What the fuck? Ja, genau. Schön wird man hier auch schön Pokale verlieren. Ja, egal. YOLO. Genau, YOLO. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen warten. Ich meine, in der Zeit, wo die Mauerbrecher ausbilden, könnten wir auch einen Cut machen, oder? Ähm, das ist deine Sache, wie du es machen möchtest. Du kannst ja auch schon angreifen, wenn du weniger Mauerbrecher hast. Stimmt. Also, musst du ja nicht immer auf die Kompletten warten. Ja, da fällt mir auch gerade auf. Ach, also. Ja, also fünfmal suchen maximal. Ja, egal. Ich versuch's jetzt einfach und mal gucken, ob ich Mauern finde. Okay. So, jetzt haben wir's eigentlich mal so weit. Ja. Der Loot verarscht mich gerade, ne? Hier ist einer mit 213... Hast du wieder? Der Loot verarscht mich. Hier ist einer mit 213.000 Gold und 154.000 Elixier. Und wenn ich so einen Bartsch suche, finde ich nichts, aber... Ne. Das ist mir zu blöd. Ich fühl mich verarscht, ey. Das ist ja witzig. Ja. Ich hoffe, ich finde hier jetzt nichts Besonderes. Okay. Ja, ich auch nicht. Ich warte lieber, bis die Mauerbrecher alle ausgebildet sind. Scheiße. Ich hab nur noch 12.000 Elixier. Oh, oh. Egal. Im Notfall muss ich mir was jammen, ey. Und ein paar Mauerbrecher hab ich ja noch in der Ausbildung. Ja, müsste laufen. Ja, müsste passen. So, keiner hat mir bis jetzt Mauerbrecher aus dem Klang gegeben, aber naja. Ja, ich kann auch mal anfragen. Mauerbrecher für die nächste Aufnahme. Yay. So, jetzt müssen wir kurz warten. Ich würde sagen, ja, wenigstens ein paar Mauerbrecher will ich schon haben. Ich meine, ich hab jetzt gerade mal 28, das ist ein bisschen zu wenig. Ja, ich hab 15. Das ist auch nicht besonders viel. Okay. So. Ja, die dauern halt immer so lange, das ist das Problem, und das ist so elixierintensiv. Oh ja, so ein Mauerbrecher auf 5, 3000, nee 3000, ja 3000. Ja, das ist schon echt extrem. Ja, ähm, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt für eine Bestrafung, könnt ihr mir, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, für den Verlierer, was er machen soll. Ja, genau. Ich denke, ich denke mal, es wird auf eine Base hinauslaufen, aber... Hm, wahrscheinlich. Ja, also wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Oder sowas wie Minen und Sammler an den Rand und drei Tage nicht leeren. Boah, nee, ich hasse das so sehr. Ja, genau, so ein Scheiß, Standard-Sachen. Ey, das tut so weh, wenn du so zusiehst, wie viel dann die Gegner klauen. Ja, man, das ist echt hart, aber... Oh ja. So. Vor allem, wenn du irgendwas gerade sparst, und dann zieht dir irgendjemand alles ab. Egal, ich hab jetzt 34 Mauerbrächer, ich greife jetzt einfach weiter an, weil die Zeit, wir haben nur so 6 Minuten 20. Bitte was? 4 Minuten sind schon um. Alter. Ja. Junge, Junge, Junge. Und dein Channel heißt Media TV, ne? Ja. Ja, kann ich ja mal unten in die Kommentare verlinken. Also für alle meine Fans, die hier zuschauen, ihr könnt ja mal auch seinen Channel nachschauen. Jo, und bei mir auch. Könnt ihr gerne mal bei ihm vorbeischauen. Jo. So. Ja. Na ja, gut, ein paar Mauern sind jetzt hier zerstört worden. Okay. Ich sauf nie in die Mitte, diese behinderten Mauerbrecher. Oh. Ja, also früher gab's ja mal so, das war noch bei der Anfangszeit von Clash of Clans, da sind die Mauerbrecher ja auch zu Mauern gelaufen, die gar nichts mit der Base zu tun hatten. Achso. Ja, das hab ich mal gesehen. Und aber dann wurden sie geupdatet, dass sie ein bisschen schlauer werden. Hm, das wurde ja gepatcht. Aber jetzt für sowas ist natürlich nicht so gut, aber... Ja, auf jeden Fall. Früher waren auch die Schweinereiter viel stärker, aber das wurde auch gepatcht. Wieso, weiß ich auch nicht. Ich glaub, die waren dann einfach zu OP. Ja. Jetzt sind die immer noch OP, dann kann ich mir gar nicht vorstellen, wie stark die früher waren, ey. Ja, ich weiß auch nicht. Also Schweine auf 5, damit zerfetzt man fast jede Base. Hm. Okay, jetzt müssen wir aber wirklich warten. Also obwohl ich einen Boost drin hab, dauert das so ewig. Ja. Ja, also ich werd nach der Aufnahme noch ein bisschen batschen, also. Ja, ich auch. Ich hab ja hier noch eine Kaserne im Ausbau, die letzte, die dann auf Level 10 ist. Ja, deshalb benutze ich auch die eine Kaserne nicht. Ja, damit's fair bleibt, ne? Ja, ist ja sonst irgendwie unfair, wenn ich dann schneller mehr Maubrecher hab, dann kann ich auch mehr Mauern, guck mal. Also ich hab mir wirklich lange Zeit gelassen, um diese Kaserne endlich abzugraden, egal. Ja, ich auch. Erst mit Rathos 9 hab ich das gemacht. Ja. Ich mein, ich hatte in einer Kaserne auf Packer, das hat mir eigentlich voll gereicht, also. Ja, das hat mir auch früher gereicht, aber jetzt merk ich, dass das schon wenig, also, dass das schon zeitintensiv wird. Ja. Ich hab, genau wie die dunklen Kaserne, die eine max ich jetzt, die zweite muss ich jetzt noch maxen und dann... Okay. Ja, also ich bin, ich bin ehrlich gesagt nicht so scharf auf den Lava-Hound, also. Ich lass mir da noch Zeit. Also ich hab den, ähm, also kann man recht gut einsetzen, muss ich sagen. Okay. Oh, und es sind nur noch vier Minuten. Alter, ja, ich müsste mich langsam mal beeilen, ey. Ja, egal. Ich mach jetzt auch einfach einen Angriff, ist mir jetzt auch egal. Ich hab nur noch zwölf Maubrecher, ich greife jetzt einfach an, ist mir auch egal. Okay. One, ey, boah, ey. Rathos Level 9. So. Rathos Level 9. Ja, Rathos Level 9, viel zu stark, aber egal. Los, letzt... Ah, verdammt. Egal. YOLO. YOLO. Oh nein, ich wollte... Ah, fuck. Oh, okay, gut. Den können wir uns nochmal ein paar Mauern mitnehmen, aber nicht viel. Okay. Komm schon, komm schon brecht was auf, meine kleinen Maubrecher. Okay. Du spielst ja Clash of Clans auf dem PC, ne? Jo. Okay. Ja, ich spiel's auf dem Handy, denn mein PC ist nicht so berauschend dafür, das abzuspielen. Okay. Also da sind meistens schon lecks da. Ja, also manchmal leckt es ja auch, also jetzt, als ich so viele Maubrecher gesetzt habe, hat's schon ein bisschen geleckt. Okay. Aber das ist meistens auch bei Barge, wenn ich zu viel Barge hab, dann leckt es immer ein bisschen so. Ja, also ich spare ja momentan auch für einen neuen PC, da das für die Streams besser wird. Man kann das ja auch so einstellen, dass die Internetleitung nicht so stark beeinflusst wird und dafür der Prozessor, ne? Das geht ja auch für Streams. Ja, aber, na gut, das musst du, ich weiß ja nicht. Ähm, dann kommt halt auf die Qualität an, ne? Ähm, ja, ich hab ja ne 16K-Leitung, aber diese 16K-Leitung ist momentan so oft am Abkacken, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Okay. Ähm, ja, nur ist in Erinnerung, 2 Minuten 20 sind noch Zeit, also... Oh, okay. Ich hab noch einen neuen Maubrecher. Okay. Wäre nett, wenn du die letzten 30 Sekunden ansagen könntest. Ja, ich sag dann Bescheid. Okay. Also bei mir ist das ja teilweise so bei der 16K-Leitung, nur morgens ist ja normal 1,4 bis 1,7 MB, ne? Und abends ist das dann eine Download-Geschwindigkeit, ja, von 0,2 bis 0,5. Ja, das ist bei mir auch ungefähr so. Bei welchem Anbieter bist du denn? 1 von 1. Okay. Ja, also wir sind bei der Telekom. Achso, naja, ja, das ist irgendwie das Problem, abends, manchmal kann ich mir nicht mal mehr ein YouTube-Video angucken. Ja, das Problem hab ich auch, oder in 144p, aber... Ja, genau. Dann will ich mir das Video nicht anschauen. Ja, weil es dann scheiße ist. Okay, noch 1 Minute 30 ungefähr. Okay. Ich mach jetzt schon mal wieder einen Angriff, ich muss ja irgendwie... Oh, der ist... Naja, der geht. Alter, Doppelmauern. Oh ja, das war mein erster, hatte ich Doppelmauern. Richtig geil. Okay, dann muss ich ein paar Mauern holen. Oh, die sind so behindert, die Mauerbrecher. Alter, wie viel Pokal ich verliere locker, ich komm in Silber oder so. Aber ja, egal. Ich bin ja momentan nicht auf Pokéjagd, also... Ja, ich auch nicht, aber es ist immer scheiße, wenn man dann so abrutscht, dann hat man nur so eine... Hat man auch keinen Loot mehr, wirklich. Ja, egal, wenn man einmal boostet, ist man ja schon wieder oben. Ja, genau. Okay, wie lange noch? So, noch 45 Sekunden sehe ich gerade. Los, schneller Kasern. Schneller. Also, ich könnte mir für 22 Gems jetzt 37 Mauerbrecher machen, aber... Naja, ich weiß nicht. Ja, also 22 Gems, das ist schon ein bisschen übertrieben. Ja, also... Das wäre auch ein bisschen unnötig, jetzt nur für die Aufnahme. Ja, wäre wirklich ein bisschen unnötig, aber das Verlieren ist scheiße, ey. Also, wer verliert freiwillig? Ja, so, wie viel haben wir jetzt? So, noch 15 Sekunden, 14 Sekunden sehe ich gerade. 13 Sekunden. Go, 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 go. Ich muss einfach jetzt nur noch irgendeinen angreifen. Go, 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 go. So, 9 Sekunden noch. 9 Sekunden, 6 Sekunden, 5, 4, 2, 2, 1, so. Ich habe ja den letzten Gegner, jetzt den greife ich noch an. So, ihr hört meinen Timer. Ich mache jetzt den letzten Angriff, den ich noch gerade eben hatte und dann habe ich jetzt alle Mauerbrecher gesetzt. Okay. Und dann hat es jetzt fertig, so. Ja, ich schätze, ich habe verloren. Ähm, ich hoffe mal. Ey, woher habe ich den Loot jetzt her? Achso, ja, ich habe die Mauerbrecher zurückbilden lassen, natürlich. Ich bin zum Spaß. Das mache ich jetzt auch mal schnell wieder. Vor ich dann wieder 3000 Mauerbrecher habe. Ich glaube, wir könnten mal ganz kurz cutten und unsere Ergebnisse zusammenrechnen von der Challenge. Können wir machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim Ergebnis. So, dann kommen wir jetzt mit den Ergebnissen und ich würde sagen, wir fangen von hinten einfach an. Also wir sagen, die Mauen, die wir insgesamt zerstört haben. Okay, wer fängt da mit dem Ergebnis? Also ich dachte, wir sagen einfach abwechselnd die letzte Zahl, also immer die hintere. Also die, die wir jetzt zerstört hatten oder die jetzt? Wie meinst du das? Also die Mauen, die wir insgesamt zerstört haben. Ja, also die jetzige, insgesamte Zahl, die wir zerstört haben, ne? Nein, die Differenz. Also wie viel wir jetzt in der Challenge zerstört haben, das meinst du? Genau. Ja, ich bin ein bisschen schwer vom Begriff. Okay, wer fängt an mit... Ja, also ich sage sieben. Sieben? Hinten, ja, sieben. Achso, ich habe ganz hinten ne vier. Okay, sieben. Nochmal. Ich habe dann ne eins. Zwei. Zwei? Ja. Ach, scheiße, ich habe nur 114 Mauern zerstört. Ich habe 277. Alter, als ob. Ja, doch. Ja, ne. Mein erster Gegner, du hättest... Den kannst du denn nachher sehen? Ja, klar. Ja, kannst du sehen. Oh, scheiße. Dann habe ich die Challenger verloren, Mann. Ja, schreibt schön in die Kommentare mit, was er bestraft werden soll. Oh, Mann, ey. Nein. Und jetzt kommen bestimmt solche Moralapostel, die sagen, stell drei Tage lang deine Minen und Sammler an den Rand und lehr sie nicht. Oh, nein. Ja, ähm. Sag ihm einfach, was er machen soll. Ähm. Und das wird auf jeden Fall richtig witzig. Oh, nein. Und ich... Ja. Schaut auf jeden Fall nochmal bei ihm vorbei. Ja, klar auch. An alle meine Fans da draußen. Ja, ich komme mir vor wie so ein Hipster. Ähm. Guck mal bei seinem Channel vorbei. Verlinke dich unten in der Beschreibung. Ist ganz oben. Genau. Bei mir auch. Und. Ja. Ja, dann würden wir uns verabschieden für diese Folge. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn es so ist, dann lasst auch bei uns beiden einen Daumen nach oben da. Und über Abos würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Jo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und dann ciao. Ciao.